Hier hinten ist jemand Ja warum sagst du uns was wenn du nicht willst Ja gut Ja die haben auch einen schönen Typen Ja und den Brenntypen Ahhh Q's Q's bei mir Hat Hits Ja jede Menge Hits der Typ F**k Magazin wechsel Was? Ey what do you do? Are you stupid? You can stand up and shoot over the window You f***** it Alter Das ist mir zu unsicher 2 Leute tot Ja Montel In der Tür ich hab markiert Ja wäre mein Shit well noch zu Ey vielleicht kriegst ihn von der Seite wenn er vor kommt Hör auf den Blend einfach Was soll ich da machen mein C4 ist schon weg Schieß auf Schieß auf dass du wenigstens rüber springen kannst Es ist schon AHHHHH Wechsel Magazine Ok hier hinten sehe ich kein weiteres Ah F**k Ja hinten ist kein weiteres Verrasen Was? F**k ey ich hab ihn nicht gelobt Was macht denn da das Fenster auf? Weil so ein Typ könnte ich schon wieder durchdrehen alter Ja Hey die kommen natürlich meine Wand durch Was für Idioten Oh oh Wechseln das Magazin Wechseln das Magazin Wechseln das Magazin AHHHHH RIEM O ja O ja HE 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 Mission gefährdet, die Bomben in der Abwehr wurde platziert. Letzter verbleibende Gegner. Dem hier, oder was, oder dem window? Bombe wurde lokalisiert, Entschärfung einladen. Geben wir ihn genug, das stand da gerade noch. Da ist ein Echo, steht da noch. Ne, du bist nicht. Kann da jemand in die Stairs von uns nehmen? Da war auch ein Mercury-Eye. Weißt du das? Ja, da hast du ich. Ich wurde trotzdem gespottet. Nichts, die Stairs. Rechts, links, der Stairs. Och, ja. der war hier drüben doch ja das auch hier drüben da irgendwo war er händelst du er ist immer noch rechts ja gaming bei den ganzen spielkonsole nicht so gut nice good job wie viel zeit hat man denn hier alter oh fuck bombe wurde lokalisiert entschärfung einleiten pecs sind da schärfer ist online und aktiviert dieses scheiße system hier aber jetzt ist jemand hinter dem tisch jetzt ist er hier und er hat der schuss gegner neutralisiert eigener druck erfolgreich das war irgendwie schon jemand oder war ein tanzer hier so rum da da Ah! Homet ist Piano. Homet Piano. Alter, die liegt da richtig los, Mensch. Achso. Das ist natürlich Zufall, Alter. Pech muss man haben. Also ich dachte, das wäre ein abgekartetes Spiel, aber nicht. Das ist ein Spiel gerade. Aber jetzt kommst du nämlich Siegdienst, what the fuck. Wir brauchen mal mehr Info-Center. Ich bin hier rüber, Alter. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, da ist der Nachbar. Oh, die Twitch hängt immer noch gleich links. Oh. Vielleicht noch mal raus geht links. Und Jackal ist abbaubar. Da ist der Gegner. Nice, nice, good job. Ah, sehr gut. Ich spreng hier auf. Ja, mach hier hinten. Mach hinten, okay. Ich ähm... Direkt hier drauf. Doc ist onspot. Für die Ella, das weiß ich nicht. Oh, da ist so Ella müde. Ich wollte dich gerade wegpusten. Weil irgendwie Schüsse aus der Richtung kamen. Ich will ja nicht, der warnt ja schon ja, ne? Jaja, mach ruhig. Da war ich... Irgendwann geht's nicht rein. Doc raus. Weiß jemand wo die Ella ist? Nee. Äh, hier. Die Spam. Scheiß, äh. Hinter... Landing is coming. Nein. Wo waren die nicht? Da! Ja. Die ist in dem IM... Ich hab's hier immer erwischt. Da hinten irgendwo. In dem ganz kleinen Raumbau, die vorne. Nee, die ist nicht. Nice, good job. Die auch hier angekrochen, Alter. Als ob er mich kriegt... Das ist Scherze-EQ. Defuser hab ich. Liegt hier. Wenn du die Treppen runterkommst. Äh, ich dachte... Ich dachte, der wär schon der letzte. Diesen Zaun! Ich hasse diesen Zaun! Alter! Man! Ja! Ja! Ja!